So meine lieben Freunde, nach einer ganz ganz kurzen Unterbrechung, äh, holt sich, äh, beziehungsweise versucht Garou jetzt sich ein paar, äh, Lehm zu holen und, ähm, ja, mal gucken ob er das schafft. Prost! Ja! 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 Ha! 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 Keil! Das kannst du doch keinem erzählen! Ich bin Jesus. Du verdammtes Fickschnitzel! Wie? WTF? Wie? Wie hast du das geschafft? Aua. Ich bin dahinter gekommen. Müsst du den Hammerbruder machen? Mach du lieber Hammerbruder, dann mach ich Level 3. Weil Level 2 kannst du vergessen. Wieso nimmst du da ein Blatt für? Bist du bescheuert? Mach nur so. Uah, Alter. Rutschiger Boden. Ähm. Alter. Uah. Alter. Mein Herz ist gerade auf 180. Blum, blum, blum. Blum. Oh. Ja. Das, ähm. Das war ich. Gau hat mir meinen Skill geklaut. Das war gerade der Ton dafür. Mhm. So. Und jetzt hier, ne? Jetzt aber. Äh. Ich will nicht. Och, ne. Ähm. Was? Ich wollte gerade mit dem Wandsprung. Warum springen? Mit dem Wandsprung wollte ich da Rad hoch. Warum? Alter. Alter, Wandsprung? Geht's noch? Ja, ich weiß auch nicht warum. Wie komme ich auf so eine Idee? Boah. Alter. Kann ich hier einfach durchreinen? Äh. Ich würde es lieber nicht machen. Mach's lieber A1 nacheinander. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, dieses Spiel, das kratzt aber echt an meinen Nerven. Nicht nur dir. Oh Gott. Och, ne, 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 ne. Komm, Garo, du schaffst das jetzt. Och, Garo, warum bist du nicht unten drauf gesprungen? Alter. Das glaub ich jetzt nicht. Scheiße. Nee, also, wisst ihr was? Also, jetzt mach ich hier Level 2. Das ist schlimm. Ja, mhm. Toll. Na, darauf freue ich mich aber an den Keks. Da bist du auch ein paar Mal verreckt. Och, ne. In die nächste. Och, ne. Hier gibt's. Blatthair. So, hier, lass mich mal. Ähm. Bitte durch. Alter, du hast ein Blatt. Das ist mir scheißegal. Du hättest auch die Wand zerstören können. Ich sag doch, das ist mir scheißegal. Nee. Bist du's mal meine so gesichene? Oh Gott. Aaaah. Spring, 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 spring. Spring! Spring! Spring, wie du noch nie gesprungen bist! Was? Hädi bitte Blatada. Ist das Level mal bitte bald vorbei? Ne Das finde ich natürlich total scheiße Boah Ich wollte eigentlich noch da oben hoch Wegen dem Leben, aber egal Wir machen das jetzt irgendwie so Wow Okay Fünf Leben Ja Mensch ist Mensch Wenn er fünf Leben kriegt Richtig Und die sind alles Arschkampen Mach's alleine, komm Mach's alleine Ne Du machst es mit mir mit Nimm den mal Nimm den mal Ich weiß Genau Guck mal was hier ist Nimm den mal oben rechts Oben rechts Oben ganz rechts Wenn sie stimmt, ich hake deine Eier ab Das war jetzt ehrlich gesagt geraten Fickskopf So Stern war Genau Wunderbar Stern Ich dauerde ganz links Ich bin mir auch nicht ganz sicher Ja gut Aber Aber Hier war Pilch Ja Mal Pilch Genau Und hier war Wunder Und ab Und zehn Gut Das müssen wir uns auf jeden Fall merken Dann lässt du mir jetzt aber oben das Häuschen Dann lässt du mir aber oben jetzt das Häuschen Damit das klar ist Nö Doch Doch Oh scheiße Och och Shit Das muss doch nicht sein Das so ein scheiß Schloss jetzt kommt Also in so ne Burg Ja ja Und da kommt man noch gar nicht dran Ja Verrecke nicht Garo Wir müssen noch das Spiel durchspielen Dann Kannst du machen was du willst Nein Garo Du darfst nicht sterben Wir brauchen dich doch Doch Für Amnesia 2 Wow Da krieg ich schon echt nen Hustenkrampf Oh oh Jetzt brauchst du auch keinen Anschwung mehr Och nö So Come on Garo Das äh ne Das machst du jetzt Hallo Ich hab gedrückt Er hat irgendeine Latenz Er hat ne Latte Er hat ne Latte Er hat Latte gesagt So einmal ein Hammerbruder für mich Dankeschön Ein Hammerbluder Ein Hammerluder Du Luder Och du Arschkrampenluder du Du Arschkrampen Pümpelsau 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 pot So Uing Rauf Ja Garo Sei einfach ruhig Erster Stock Kinderunterwäsche Ja Ja Da ging's nicht mehr So weiter Stock Dämonen Ach nö Ach nö Ach nö Ach nö Magritte Tolle Gnome und Damenunterwäsche Ach nö Magritte Muss das denn sein Tut das nöt Magritte Tut das nöt Bohoho Ha I'm the best cheater Of this fucking bullshit world Ha So jetzt hauen wir diesen Koopa Schwacken Dings da Hans Mal Total in den Knödel Hallo Ja Jetzt dich mal bitte treffen Dankeschön So So macht man das Mein lieber Garo Hüse Garo Nein Gnat Ist jetzt gut So Ich seh schon was Was du nicht siehst Hä Wo kommt das Boot jetzt her Hä So Werde ich den Stern knacken Ich glaube nicht Wieder zwei Pilze Na Puh Ein Ein Piblustern Müsste man eigentlich Ein Lebensmittel kriegen Piblustern Was Hab ich jetzt noch mehr Ne Wo kommt verdammt nochmal Dieses Boot jetzt her Ich hab's mir aus dem Arsch gezogen Ah ja Was machst du denn Ja Scheiße Garo Das war Unglaublich gut Scheiße Ich bin jetzt so voller Schocken Alter Nein Hör mal auf Wir machen das jetzt mal so Danke Soll ich unbedingt das Schiff machen oder Natürlich Das ist Leben Ich weiß nur nicht wie wir das jetzt freigeschaltet haben Weil wir zwei Vollhorst sind Weil wir die Pömpel des Tages sind Los hol sie Ja Die anderen auch Ich versuch's Nein Du hast zwei meiner Freunde liegen lassen Ich weiß Interessiert mich gerade einen totalen Scheiß Los du Knödel Seh mal zu Ich hab jetzt auch was zu holen Ach geh Da oben können wir mal liegen lassen Nein Münzen Okay Ich hause noch So Münzen Was ist das Schiff eigentlich Ich weiß es nicht Ich weiß auch gar nicht wie wir das jetzt freigeschaltet haben Was kriegen wir da Ja Wow Wow Alter Geh mal sterben du Piskop Alter Noch ne Wolke Jawoll Geil Nur Äh wie Warum Wie Hä Ja Toll Ich glaube ich versuche gleich noch von der anderen Seite Level 4 dann zu machen Wenn du das jetzt nicht schaffst Nein Ich möchte nicht dass du da jetzt die ganze Zeit festhängst Das möchte ich nicht Nein Ich mach das Level jetzt Mich hat's nur noch verputzt Garo ich glaube an dich Du schaffst das Hey Respect 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 my boy My boy Woa Alter Vorsicht Ja ich muss mich jetzt erstmal um den Äh Warum meinen Schnitt Ja äh Klar Moment ich muss dir noch eben die Hammerbruder Dings machen Warum meinen Schnitt hier denn Ja 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 Moment Ich kann nicht mehr So Leute Ähm Wir melden uns dann gleich Mit dem Ne Hallo Mit dem nächsten Part wieder Ich will noch eben die Blöcke kaputt machen Weil ich's kann Ja ich hoffe es hat euch gefallen Und Ja Garo hast du denn noch zum Schluss etwas zur Äh Dings hier zu sagen Ich brauch jetzt eine Zigarette Du brauchst eine Zigarette Dann äh Brauch jetzt mal eine Und wir melden uns dann gleich wieder Bis dahin verbleib ich mit meiner allbekannten Art Und ich sage Tschö mit Ö Und bis zum nächsten Mal Tschö mit Ö Ciao